Musik Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Heute, wie angekündigt, auf der Teheran-Schnellstraße Da befinden wir uns heute Ich weiß gar nicht, was mit unserem Squad ist Die sind alle tot Treten wir mal ein anderes Squad Auch, dann muss das wohl ein Fehler sein Ja, nehmen wir heute wieder die M16 Ich würde sagen, ja Joinen wir einfach mal Ich finde auch die Grafik hier, finde ich, fantastisch Also, auch die Nacht sieht wunderbar schön aus Hier kommen wir durch die Fenster durch Ah, die sind doch größer Beleben wir mal direkt wieder irgendeinen Kollegen Zu unserem Squad auch Ach, komm Er war gar nicht aus unserem Squad, der tut Da haben wir gleich den ersten Kill, nicht? Hilfe bei Kill94, das ist super Da freut man sich ab Papissig doch Der Controller rutscht schon wieder von der Serviette runter, auf dem er liegt Weil sonst vibriert er die ganze Zeit und das ist auch egal So, da hinten Das siehst du natürlich bei Dunkelheit besonders gut, wenn die dämliches Techlight drauf haben Ich weiß auch nicht, wie dämlich man sein muss Nein Ich muss leben Egal, mach du das Manchmal will es einfach nicht klappen Oh, das hat weh Ich verstecke mich mal hier in der Ecke Genau aus diesem Grund So, da hinten kommt, glaube ich, keiner Habe ich schon erwähnt, dass wir Team Deathmatch machen, weiß ich gerade gar nicht So Gehen wir mal hier in diese Richtung Kann ja nur noch schlimmer werden Ich dachte schon, da steht einer, aber der braucht Hier ist dein Medikit Auch nicht Mal aufs Dach Ja, das ist nicht so gut Da schießt, glaube ich, wer auf uns Ja, den kriegen wir nicht Aua, das hat weh Da vorne brennt's Ja gut, der dritte, der war ja zu viel Ja, also der war wirklich zu viel Unser Team führt Als wir gerade gejoint sind, war es, glaube ich, so Gleichstand Vielleicht nix ja auch noch Ey Jetzt sind schon 20 Kills mehr Kann man alleine nicht machen Steht's denn bei uns? 3 zu 1 Oh Passt schon Wo ist schon? So, der ist jetzt hier eher russisch angehört Wo ist schon? Irgendwo wieder ein Sniper Alter Was geht hier ab? Was geht ab? Was geht Ab Okay Den haben wir hier auch erledigt Wieder mal so ein Sniper Alter Haben die keine Hobbys? Sorgt euch mal in eine gescheite Waffe Danke, Kollege Danke Da vorne steht er Das war meine Rache Die Revanche auf der Chewbacca Ja Wie sieht's hier aus? Ich seh da niemanden Ne, sieht noch relativ gut aus Okay, okay, okay Alles ruhig Alles fein Haben wir aber 15 Gegner Müsste aber Müsste doch jemanden sehen hier Wahrscheinlich alle da hinten Oder so Oder hier drin Da vorne ist einer Ich glaube das ist ein Unterfang der Unmöglichkeit Wollen wir auch gar nicht weiter versuchen Gut Ah, hier geht's auch nicht weiter Ich denk mal Wir gehen hier mal runter Treten mal die andere Seite Die dunkle Seite Der macht Aua Aber die gucken uns schon wieder an Hier Die Geier Hier, das Medikin Da müssen wir mal Dieses Heusli stürmen Da hinten Hören Ich hab mal ne feine Idee Ja Wo liegen sie denn? Ja, da, da Da drin Da sind so die ganzen Penner Die ganzen Sniper Können von Glück sprechen Dass wir bis jetzt noch nicht gesichtet wurden Wenn wir noch nicht gesichtet wurden Das weiß man ja nie Das ist ja das Problem Ich mein, der Kontrast wäre relativ hoch Bis dahin sieht man das dann auch Uh Er war echt schwer zu sehen Apropos Kontrast und so Wenn du hier dir natürlich dunkle Kleidung anziehst Geht ja Kannst du alles schön verändern Dann bist du nahezu unsichtbar Hier kommt ein Medikin So Da hab ich mal unser Team Revived Der hat was aufs Maul bekommen Aber noch nicht genug Die Leute schon treffen Jawoll Kopftreffer Da hat lange genug gedauert Scheiße Jetzt sind wir tot Aber der Typ da hinten in der Ecke Der könnte uns ruhig wiederbeleben Das war nämlich Hallo? Was bist du für ein Arschloch? Ganz ehrlich Ne, ich schreib jetzt nicht Revived da rein Das bringt so nichts Was für ein Penner Aua Nicht ich Ich tu nix Ich tu nur Leute Virtuell Nicht falsch verstehen Ich spiele vielleicht einander Oh, ich glaube der hat uns eher als dass wir ihn haben Ja, hier ist ein wenig Machen wir noch eine zweite Runde Das wird sonst zu wenig Ich hab so ein Gefühl Ich hab immer wieder nicht auf die Uhr geguckt So typisch Da vorne läuft da wer hoch Nein Aber gleich von drei Seiten Wird er auf die Fresse bekommen gefühlt Hättest du nicht gedacht Dass wir so offensichtlich gestanden haben Geil Ja, die holen wir uns wohl Aber wir wohl nicht Okay Damit ist diese Runde zu Ende Dein Team hat gewonnen Wunderbar 7 zu 3 Kills Also eine 2 RKD Kann man mit Leben Kann man mit Leben In Worten 2,33 Ja, und der hier hat wohl einige revived Ja, gerade mal ein Kill mehr als wir Und Doppelt Mehr als doppelt so viele Punkte Naja Aber wir gehen jetzt Gleich direkt weiter Zur nächsten Runde Waren da gerade los Hat das nicht ein bisschen lange gehangen hier Ich hatte auch gerade nur ein Frame Pro Sekunde Ein Bild pro Sekunde Komisch Fahrzeuge Ja, wir sind viel Fahrzeug gefahren Wir könnten auch mal Aufklärer machen Ich glaube, das machen wir jetzt mal Jetzt wechseln wir mal in die Aufklärerklasse Und Runde auf 14,34 Aber wir sind Seine Überquerung Ja, das wollte ich eigentlich nächstes Mal machen In der nächsten Folge Egal, wir können ja Bis Halbstand Spielen wir nochmal Ja, bis Halbstand können wir nochmal spielen Machen wir mal Aufklärer Wie gesagt, SKS Definitiv nicht Ich hab das letztes auch mal ausprobiert Ich will nicht sagen Es hat nicht geklappt Aber eigentlich hat es nicht so geklappt Wie ich mir das vorgestellt hab OMP oder P90 Ich bin für P90 Aufklärerklasse haben wir noch gar nicht gespielt Supporter auch noch nicht Äh, was Warum hab ich denn so wenig Wider pro Sekunde Jetzt hat sich die Frame Rate wieder gefangen Okay Uh, 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 uh Haben wir gleich zwei hintereinander gekillt Die einzigen Kills in dieser Runde Haben wir gemacht Gut, dass ich so schnell geschaltet hab Uh, uh, uh Das war aber Gerade nochmal ganz schön knapp hier Ne, da seh ich niemand Vielleicht können wir uns hier irgendwo In der Ecke verstecken oder so Dann hierfür ist der Controller ganz gut Fliegen wir mal ein bisschen rum Vielleicht können wir ein paar Gegner ausspähen Ja, äh, hat einen feindlichen Sniper gesichtet Over Kann man den hier auch irgendwo aufs Dach setzen? Ne, kommt man nicht Wir haben die Führung übernommen Man, ist das Ding langsam So Vorne kommen sie Zumal komme ich hier durch Ja, aber jetzt ist das Ding kaputt Egal Es ist, glaube ich, nicht so spannend In einer Videobeschreibung Da rum zu fliegen Zubschrauber fliegen schon geiler Aber ich kann's leider nicht so gut Ohne es jetzt nicht so kompliziert Oh Gott Oh, ich hab den Controller nicht gut hingelegt Fuck, 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 fuck Ha Der hätte wohl damit gerechnet, dass ich hier in der Ecke stehe Aber ich hätte auch eigentlich Mach mal meinen Laser aus Ja Leider kann ich dich jetzt nicht wiederbeleben Jetzt mach ich den Laser mal wieder an Ja, das war zu viel Das waren drei, vier Leute auf einmal 5 zu 1 Kills Die meisten Kills bis jetzt Geschleppt Mal Laser aus Laser Visierung ist da auf Distanz nicht wirklich gut Aber auf Distanz ist auch eine P.E.W. nicht gut Also die P.90 Ah Oha Das tut doch weh Scheiße, scheiße, scheiße Wir kriegen auf die Schnauze Also lieber weg Okay Hier ist eine Garage Da kommen wir nun nicht Sondern nicht weit Laser ausmachen Mal dran denken Wenn man nicht leicht gesichtet werden sollte Oder will Dann sollte man den Laser ausmachen Mal wieder an Zur Not kann man dann auch mal aus der Hüfte schießen Damit kann man dann relativ genau treffen Und erhöht auch die Präzision Gucken, ob sich hier wieder irgendein Sniper drin verschanzt hat Wenn, dann hätte der sowieso seinen Bewegungssensor aufgestellt Aber trotzdem kriegen die das meistens nicht mit Oder oft nicht mit Oder oft nicht mit Jetzt machen wir es mal so Vielleicht Ja, hier ist aber auch Also nochmal Der hat uns auch ohne des Lasers erkannt Fuck Granata Ja, wir sind auf der russischen Seite Scheiße, hätte ich mit Feuerstößen arbeiten sollen Ich schäme mich ja auch jetzt erst Ich schäme mich So Jetzt hab ich's gebracht Oh, jetzt hab ich den Laser wieder eingeschaltet Mal wieder aus Und Uh, was war denn das? Weiß nicht, ob man meinen Control oder hört Aber ich krieg ihn gar nicht leiser Ist ja am Vibrieren Aber ich meine, den hört man nicht so Ähm 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 Gute Idee Könnten wir auch mal wieder machen Woll kommen wir hier überhaupt raus? Muss ja irgendwie, oder? Ja Oh yeah Ich weiß nicht, ob ich das meine Aber hier fliegt man nicht Ich fliege ganz, da Aber fliegt man sowieso generell mit dem Ding Ist ja Nicht da, um Geschwindigkeitsrekorde zu brechen Aufpassen Ich hab einen feindlichen Sniple Im Röhrenbereich gesichtet Over So Sind wir wieder hier? Letztes Mal sind wir mit dem Ding hier gestorben Achtung Ich hab einen feindlichen Sniper in eurem Gebiet Da haben wir für unseren Kollegen erstmal schön markiert Aber der hat, glaube ich, trotzdem auf die Schnauze bekommen Ich hab, äh, ja Einen feindlichen Sniper gesichtet Over Ich hab einen, äh, feindlichen Sniper in eurem Bereich gesichtet Ha So Oder sagen wir einfach Funkfeuer Einigen wir uns nur auf Funkfeuer Ist, glaube ich, besser Vorsicht Ich hab einen feindlichen Scharfschützen gesichtet Over Achtung Ich hab einen feindlichen M-G-Schützen gesichtet Muss auch ein Ender Oh Hier können wir auch rein So Den hab ich jetzt nicht mehr markiert bekommen Wir kriegen hier jetzt schon die einigen Boni Und ich höre jetzt auch Ich werd das Ding jetzt gleich vernichten So, mal gucken Hier kommt's ja auch noch rein Vorsicht Ich hab einen feindlichen Scharfschützen gesichtet Oh Feindlicher Scharfschützen Oh, hier steht ein Funksensor Den können wir nur markieren Jetzt hab ich grad Ja Ist ja manchmal so ein bisschen verbuggt, glaube ich Feindlicher Scharfschützen Over Ja, er ist kaputt Aber haben wir ja schon ordentlich Für unser Team geleistet Es geht ja darum, dass unser Team gewinnt Nicht, dass wir viele Punkte machen Das sollte man sich immer Immer im Kopf behalten Dass die Leistung des Teams wichtiger ist Und da muss man auch mal ein paar Spiele markieren Man darf nicht die ganze Zeit egoistisch rumlaufen Und Scheiße Komm her Oh Da waren ein paar Leute, die uns geholfen haben Hab das gar nicht so schnell mitbekommen Da war ich ein bisschen Parallelisiert Wenn man das so sagen Oh Einfach weiterlaufen Hier einfach weiter Scheiße Ah Mist Ha Alone heißt der Typ So Vorne Wir haben keine Schuss mehr Keine Munition mehr Meine Danke Ey Junge Alter Zu dumm zum Kacken Gib mal ein bisschen Munition Alter Munition Alter Ja, der ist glaube ich zu dumm zum Kacken Oder Loop Der da jetzt was hingelegt Nö Wir haben es fast geschafft, Leute Vielleicht hat er da hingekackt In der Ecke oder so Ich weiß es ja nicht Aber jetzt müssen wir hier mit unserer Zweitwaffe rumlaufen Hier vorne ist eine Unionskiste Hier hinten müsste eine stehen Kriegen auch schon Gut Schnell nachladen Dann kann es weitergehen Wahrscheinlich sterben wir jetzt Das passiert mir irgendwie immer Ich bin dann Lange auf der Suche Nach einer Munitionskiste Dann Dann fülle ich meine Munition Wieder auf Und dann sterbe ich Das heißt dann war die Suche umsonst Das ist das Resümee Äh, Resümee Wir müssen mal wieder ein paar Leute killen Hier Unser Team kriegt ja nichts So stand wie hier Jetzt Kacken Ups Bevor wir hier noch verlieren Denkst es wer Aua Bitte Scheiße Darauf spekuliert Dass das eine von uns war Das war natürlich jetzt schon Etwas fail Damit helfen wir unserem Team Nicht unbedingt weiter So Jetzt noch einmal hier Stürmen wir noch einmal hier rein Und dann Beende ich auch diese Folge Wahrscheinlich Es hat wieder eine Krass überlange Folge Ja Ja Es wird unsere KD Auch langsam schlechter Ich bedanke mich Fürs zu sehen In dieser Folge von Let's Play Battlefield 3 Ich hoffe wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Bis dann Ciao Und Haut rein Bis dann